Max, du hast 10 Sekunden Zeit, was zu zeichnen. Wenn ich es errate, kaufe ich es dir. Ich weiß schon genau, was ich zeichnen möchte. 3, 2, 1, los. Was ist das? Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. 3, 2, 1. Ich glaube, ich weiß es wirklich. Ein PS5-Controller. 1 zu 1 ist das gleiche, oder? Aber richtig. Zur Kasse gehen und kaufen. Dankeschön.